Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Ja, es geht weiter mit Avalon Code. In der Zeit, wo ich nix aufgenommen habe von Avalon Code, habe ich vieles gemacht. Also ich war wieder, wo der Donnerdache war, also in dem Turm wieder und habe die Levels nochmal neu gestartet. Man kann das machen, wenn man auf diesen Feld da klickt und einfach nochmal macht. Geht das? Ich habe das selbst ausprobiert, also soll ich das einfach zeigen? Ähm, egal, das findet ihr selbst schon raus. Also, ich war wieder im Wald, wo dieser komische Echsenmann war, der irgendwie seinen Grab beschützen wollte. Oder, warte, wie hieß der nochmal? Ich habe seinen Namen einfach vergessen, nicht Amphobium. Ähm, der hier, Toni, ich bin einfach da hingegangen, habe den Level neu gestartet. Einfach raufklicken, da steht da, wollen sie das Dungeon nochmal machen oder das Level? Einfach ja klicken, da kämpfst du nochmal. Ich habe ihn dann mit dem Buch, äh, gescannt und weiter. Dann habe ich noch, bin ich wieder da hingegangen, habe vergessen, diesen Donnerkerl hier zu analysieren. Tut mir leid. Und ich habe dann nachgeholt, das hier. Und ich habe bei diesem, ähm, Turm da die Dungeon nochmal versucht neu zu machen und habe ein paar neue Tafeln bekommen. Ähm, ich muss mal gucken, welche, das war lange her. Ich glaube, ich kann mich noch gut daran erinnern, welche das waren, nicht das hier. Hier, Kusanagi, Schottel, Bisao Sofune, Onikiri, Muramasa, Meuschlerdolch. Ähm, ja, das habe ich auch bekommen in dem Turm. Ein Schwert, weiter. Durandal, kennt ihr schon. Anfa, Großhammer, Waldhammer. Das kennt ihr auch schon, glaube ich. Wenn nicht, habe ich das auch vielleicht vom Schloss. Schnabeleisen. Warte, was war das denn? Das habe ich auch vom Schloss, glaube ich. Also vom Turm aus. Ähm, ja, Dynamit. Hau-Chi-Seele. Tomahawk. Schattenreizern. Donnerbüchse. Ritterschild. Ähm, wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Äh, und, ja. Scheiße. Äh, doch, ist richtig. Ähm. Eiges, habe ich das schon gezeigt? Keine Ahnung. Und eigentlich nichts Besonderes. Und ich mache einfach mal weiter. Oh, oh, scheiße. Ach, ich dachte, ich wäre schon gestecken geblieben. Ich habe außerdem auf Stopp gedrückt. Oh. Boah. Spürst ihr diese typische eisige Kälte? Es gibt keinen Zweifel. Neaki wird hier gefangen gehalten. Spüre eine starke Kälte auch aus Nordwest. Lass uns zuerst dorthin gehen. Also, Nordwest. Ihr wisst ja noch, in diesem Dungeon gab es doch eine, ähm, Stelle, wo wir nicht weiter konnten. Also, wo eine Tür war. Ich habe, äh, ihr habt es schon ein bisschen vorgemacht. Also, ich war schon da. Das stimmt, was ich gedacht habe. Warte. Das war Eishöhle 9. Ich glaube, war das hier. Ja, oder? Nein, oder? Doch, oder? Ach, scheiße, egal. Ich versuche einfach mal, einfach nach oben gehen. Ach, warum mache ich die ganze Zeit diesen Scheiß-Knopf? Mann, oh Mann. Ach, egal. Einfach mal weiter. Und weiter. Und weiter. Irgendwann komme ich schon an die Stelle, wo ich hingehen muss. Ich glaube, das war hier, oder? Oh, 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 scheiße, das war knapp. Ah, hier ist das, okay. Tunak Eishöhle 19. Ich spüre, ich spüre Eis gekälte. Die Hülle geht immer weiter. Mach dich bereit und lass uns gehen. Okay. Okay. Es kommt etwas Beschissenes. Betätige alle Schalter. Mann, dieses... Das ist so ein ekelhaftes Level, Leute. Boah, ihr wisst nicht. Okay, ich muss jetzt erst da hoch. Erst darauf. So. Oh, das Ekelhafte kommt noch. Ihr werdet es schon sehen. So. Jetzt muss ich aufpassen. Okay. Oh, sch. Mann. Warte, sind die immer noch betätigt? Bitte. Ach, ja. Mann. Ah, das meinte ich. Das ist so ein ekelhaftes Feld. Man muss ganz aufpassen. Ich hasse dich dafür. Ich schwör auf alles. Ich hasse dich dafür. Mann, dieses Level werde ich noch... So doll nochmal machen. Ich will hier Gold haben. Mann. Mann. Ach, ich hasse dieses Level. Mann. Ich werde das so doll nochmal machen. Oh. Ach, komm her. Ach, Leute. Tut mir leid. Wenn ihr mich seht, zufrieden... Ach, scheiße. Ich fehle hier richtig. Nein. Das geht einfach nicht. Nein. Ach, komm her. Das schaffen wir noch. Komm. Ach, geschafft. Verdammte Scheiße. Nochmal. Ja. Oh. Oh. Nein. 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 Mit diesen Punkten lasse ich mich nicht zufrieden. Also, ich zeige euch mal, wie das funktioniert, dieses Level, das nochmal zu machen. Also, hier. Willst du das nochmal probieren? Ja, das mache ich jetzt mal kurz. Also, kurze Pause nochmal. Mal. Okay. Okay. Ganz schnell erlebe ich. Ich habe Silber erreicht. Schade, schade. Aber egal. Und, besiege alle Gegner. Ja. So was mag ich. So was mag ich. So was ist geil. Oh. Okay. Tiefen Eis. Was mache ich da, verdammte Scheiße. Ach, ich muss mir erst. Warte. Wie konnte man wieder angreifen? Achso, mit C. Komm. So. So. Wieso leckt das eigentlich so heftig jetzt? Karte. Oh. 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 Ich habe Gold. Oder? Ey. Nein. Nein. Ach. Gold. Ja. Und kriege ich was? Ist klar. Nichts. Warte. Kann ich da hoch? Das sieht aus für mich wie ein Eingang. Okay. Ähm. Okay. Pt. Tegale Schalter. Oh. Oh. Sowas mag ich ja gerne. Ähm. Wie soll ich da hinkommen? Egal. Ich versuche einmal das hier. Und dann hier so. Oh. So soll ich das machen. Oh nein. Kein Bock drauf. Nein Leute. Ich habe so doll keinen Bock drauf. Nein. Ach. Leute. Waffen. Hammer. So. So. Komm. Komm einfach. Komm. So. Okay. So. Ey. Das ist doch der größte. Ey. Wie treffe ich nicht? Komm. So. Hä? Ey. Das ist doch. Fortsetzen. Ey. Ey. Das ist doch der größte Beschiss aller Zeiten. Leute. Wie? Ich treffe nicht. Wie? Oh. Das ist voll der Riesenunterschied vom Körper her. Okay. Nochmal versuchen. So. Hoch mit mir. Danke. 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 Und. Ach. Hammer. Komm. Komm. Okay. So. Warte. Ich habe da eine Idee. Warte mal. Das funktioniert bestimmt. Ja. Okay. Ey. Das ist. Oh. Okay. 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 Das hat geklappt. Okay. Komm. Wenn das klappt. Dann. Dann bin ich glücklich. Okay. Ich bring dich nochmal um. Komm. Tief in der Eishöhle 10. Ja. Mann. Oh Mann. Ich hasse diese Dungeons. Ach. Was soll man machen? So ist halt das Spielen. So muss man hier spielen. So ist es halt. Komm. Danke. Warte. Ey. Das ist doch. Oh. Ihr wisst nicht wie ich gerade schreien will. Mann. Oh Mann. So Unfähigkeit. Boah. Ey. Das ist doch. doch. Ja. Mach gleich den ganzen Boden kaputt. Komm. So. Unfähiger Spasti. Ey. Das ist doch ein Witz, Leute. Oder? Oh Mann. Oh Mann. Ach so. Oh Mann. Verstehe. Ich glaube ich hab's eigentlich raus. Oh. Ich hatte es nicht raus. Oder so. Warte mal. Warte mal. Das schaffe ich doch bestimmt. Okay. 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 Wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich das geschafft habe. Okay. Ich hab's geschafft. Aber nur mit Messer. Wollte ich noch kurz erwähnen. Also was ähm. Was ist erschienen. Ich habe kein Gold bekommen. Ja. Wie ihr seht. Ja. Also. Eine Eistür. Und irgendwas steht da. Ey. Das ist doch. Oh Mann. Wieso verarscht mich nur dieses Spiel. Ich schwör auf alles. Mann. Ich hasse dieses Eislevel. Boah. Ich sammle die vier Fragmente, die hier liegen, um die große Tür zu öffnen. Die vier Fragmente? Die vier Fragmente? Was meint ihr mit vier? Meint ihr vier Eis oder was? Keine. Okay. Ich dachte schon, ich kann nicht immer irgendwie raus oder so. Ich geh einfach mal nach oben. Okay. Siegale Gegner. Oh scheiße. Oh. Ich hab noch ein Messer ausgerüstet. Nein. Okay. Okay. Waffen. Waffen. Schwert. Ja. Sunfing in the Matter. Yeah. Muramasa. Komm. Komm her, Gegner. So. 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 Karte. Okay. Brauch ich nicht mehr. Geschafft. Okay. Ich hab Gold. 100%ig. Ah. Mehr als Gold. oder? Yeah. Super. Okay. Karte. Was mach ich da? Ich hab da schon ne Karte. Okay. Was ist das denn? Was ist das? Kann ich das untersuchen? Nein. Geht wohl nicht. Ich geh mal nach links. Ich betätige alle Schalter. Wieso? Wieso? Warte. Ey. Das ist doch wenig. Warte. Wo ist der erste? Hier. Und der andere ist da oben. Was? Was ist das? Was ist das? Ich hab ihn schon, oder? Wenn nicht, sagt es mir. Geschafft. Oh, ich wurde ja einmal verletzt, oder? Ja, scheiße. Bronze. Das gefällt mir irgendwie nicht, aber egal. Und... Oh, scheiße. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.